Wir sitzen heute am 6. September 2020 an diesem Sonntagabend nach unserem 18. Wildnistag an der wunderbaren naturbelassenen Loire, die wir mittlerweile 350 Kilometer quer durch Frankreich gepaddelt sind an unserem obligatorischen Lagerfeuer und genießen diesen Abend nochmal in vollen Zügen. 18 Tage paddeln, 18 Tage Lager aufbauen, Lager abbauen, 18 Tage schwierige Hindernisse umtragen, aber auch immer wieder wunderbare Naturerlebnisse, wunderbare Eindrücke, Eindrücke von einer Wildnis, die man so in Europa, im Mitteln, im Herz Europas gar nicht mehr erwartet und die meisten auch gar nicht kennen oder gesehen haben. Man muss schon Kanute sein, um diese, ja, wie soll man sagen, um diese Wildnis vor der Haustür überhaupt zu erkennen, zu sehen, zu erleben, zu riechen und wie wir auch zu nutzen. Natürlich ist in Frankreich das Campieren, das Biwakieren draußen in der freien Natur, so wie in den meisten europäischen Ländern nicht erlaubt. Aber wir haben jetzt wieder auf der Loire gesehen, Naturschutzgebiete sind gekennzeichnet, dort ist einwandfrei der Hinweis selten verboten. Wenn die Naturschutzgebiete zu Ende sind, steht da wieder ein Schild, was darauf hinweist, hier sind die Verbote wieder überflüssig. Und ja, Vogelschutzinseln sind gekennzeichnet dort, wo man in der Brutzeit möglichst die Sandbänke, Kiesbänke nicht betreten sollte. Aber ansonsten haben wir festgestellt, dass unser Tun hier wieder mal von allen Menschen, die uns dabei gesehen oder beobachtet haben, meistens waren das, war das niemand. Aber es wird toleriert, es wird akzeptiert und wir haben es genossen. Und noch etwas ist uns auf dieser Tour wieder krass aufgefallen. Wir haben im Fluss, am Fluss und auf den Flussinseln so gut wie keinen Abfall gefunden, keinen Müll, keine Bierflaschen, keine Bierdosen, keine Weinflaschen, nichts. Unglaublich, dass man das hier in Frankreich heute so antrifft. In Deutschland sieht das mittlerweile sehr viel anders aus, wo Müll wieder in der Natur entsorgt wird. Okay, wir werden morgen hier morgen früh unser letztes Lagerfeuerchen machen, dann haben wir noch fünf Kilometer bis zum Campingplatz bei Blois. Dort werden wir morgen uns Fahrräder ausleihen, in die Stadt Blois fahren, uns Fahrkarten besorgen, für Mensch und Hund Rückfahrt zu unserem Autogespann werden, dann Dienstagabend oder, ja, Dienstagabend noch zurückkehren nach Blois, Mittwoch uns in Krempel einpacken und uns auf den Weg machen an die Adäsch. Und unser Vagabundieren im Spätsommer, im Frühherbst 2020 ist noch nicht zu Ende und wir werden weiterhin Gegenden und Regionen aufsuchen, die menschenarm sind und wo aktuell auch keine Touristen einen Corona-Virus mit sich schleppen, den sie uns anhängen könnten. Also, weiter geht's und hau rein, Alter!